Herzlich Willkommen im schiefsten Geburtstagsstudio. Meh. Ich, ich äh, was wollte ich denn? Achso, ich wollte hier noch gratulieren. Hendrik, mein Freund. Der Hendrik, das ist nämlich, das ist ein Promi. Meh. Da muss ich, da muss ich extra pein gratulieren. Also Hendrik, ich wünsch dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Meh. Guck hier, was ich heute Feines anhab. Mein T-Shirt vom Lemmy. Meh. Ich hoffe, ich geh schon bald mal von dir eins. Wo du doch hier, naja, wo du doch so bekannt bist. Meh. Der Hendrik, der ist nämlich der Promi. Der, der ist nämlich, der spielt hier bei Dying Humanity. Da, wo die Musik hier für meine Videos machen. Meh. Der, der tut ja nämlich, bissl, bissl mit so Spielen auf der Gedache und so. Meh. Meh. Naja, also, also ich wünsch dir alles Gute zum Geburtstag. Ich, ich, ich bin ganz durcheinander. Meh. Das letzte Nacht hat doch was ganz schön Bescheuertes passiert. Meh. Da, da hat's in der Nacht, da hat sich auch so geraschelt. Hier oben. Und da bin ich rüber. Und da, da, da wird immer unter unserem Weihnachtsbaum rumkriechen. Zwischen unsere ganzen feinen Geschenke. Meh. Und da, na, was sollte ich denn machen? Ich hab Angst. Und da hab ich dann, hab ich meine, meine Pistole vermutet. Meh. Meh. Und dann hab ich's noch erschossen. Meh. Naja, und ganz schön blöd, ne? Weil du vielleicht hab ich gemerkt. Es war der Weihnachtsmann. Meh. Und wenn wir so beschissene Gesetze haben, ne? Waffengesetze und so, ne? Dann war der Weihnachtsmann nicht mehr in der Lage, sich gegen mich zu verteidigen. Meh. Meh. Weihnachtsmann? Hm. Ganz schöner Mist. Weißt schon nicht, was noch nächstes Jahr und so wird. Wart wurde kleine Emma keine Weihnachtsgeschenke gekriegen? Meh. Beratet bloß nicht, dass ich den alten Sack erschossen hab. Meh. Naja, jedenfalls, Hendrik, ich wünsche dir noch alles Gute zum Geburtstag. Meh. Feier schön. Wenn ihr vielleicht hier für die Requisite irgendwie einen dorten Weihnachtsmann braucht, kannst du den gerne bei mir abholen. Meh. Also, macht Mut. Dein Schäfchen. ... ... ... ... ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020